ja ja 1 let's go beenden wir es ja genau ich komme immer da schön da aus zu und wird schon warte da muss ich mal da aus der kummer haha net net ha h okay kurz zu wissen so komm nene sicher fuck ah schön zu wissen ja es geht sich einfach nicht aus ich kann nicht wenn ich die quelle verfolge wechsel sie mhm schuss auf den panzer löst die mp aus gut zu wissen was das ist aber eine geile position hat man gut überleben naja unterfahren gut zu wissen was ach Gott sei Dank ja rs ich kann nur ein bisschen dauern g was 39 bist du narisch da das ist definitiv das ende batman hat eine drohne zerstört hihihi oh nett schlecht ha ich hä Das ist ja noch eine Fülle, jetzt noch Gott. Komm, 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 komm. Yes! Wow! Ah, so war noch nicht. Ah, diese Helikopter sind ja Wahnsinn. Ah, wie schön, dass er da, der hier schreibt. Was? Diejenigen, die auf deiner Seite kämpfen, glauben nach wie vor an dich. Hier nicht sicher, wie sie den näht. Oh, Gott sei Dank. Aber klug gehabt, ist so narrisch. Es ist Zeit, schenken Sie sie los. Ja. Komm, 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 komm. So ist das auch noch nicht zerstört. Nein, das ist noch neunmal zerstört. Oh, Alter. Aber dafür jetzt. Aber dafür jetzt. Und trifft, trifft, trifft. Yes! Bist du narrisch? Gutes Versteck. Für die schwersten Schwierigkeitsgrade. Ja, das ist noch nicht. Ah, wir werden mal vorbeischauen. Ah, wir werden mal vorbeischauen. Ich habe die Kontrolle über die Sicherheits- und Versorgungssystem auf dem Dach. Ich kann die Schweine ausschalten. Du musst sie nur anlocken. Hm. 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 Wow. Machst du keine Sorgen machen, gell. Ich komm sowieso irgendwo nimmer. So. Ah. Ah, süß. Hey Großer. Und tschüss. Oh fuck, erlebt auf jeden Fall. Figg dich. Nee, kann was zurückschlagen. Sonst macht er mich fertig. Aha, das aber umso mehr. Wow. Geile Scheiße. Wer hat noch nicht? Wer braucht noch einen? Schläger. Und ja. Na komm, jetzt haben wir das so geil gemacht. Oh. Ich war so geil in der Kombination. Das ist nicht schlecht. Oh, perfekt. Ach, geschessen. Und, tschüss. Tschüss. Hoppale. Yes. No way, motherfucker. Und weg ist er. Oh, süß. Ich kenne schon die Tricks. So gut. My bitch. Oh, muss es dir unbedingt meine... Oh, meine Free Flow Tag Team da ausnutzen. Und mei machen. Oh, tschüss. Puh. Was ist hier eine Herausforderung oder was? Oh. Shit. Oh shit, my no fuck is. Das ist hier meine Herausforderung. Mit uns kannst du nicht mithalten. Oh, das ist hier. Ähm. Okay. Okay. Na, super. Noch einer. Du wirst wiederbelebt. Oh, nein, du mit ihm gebrochen. Oh fuck, jetzt. Warte, 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 warte. Und wir gescheit oder gar nicht, hätte ich gesagt. Zack. Zack. So. Yes. Ähm. Mö. Komm, 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 komm. Yes. Tja, da war zwar noch ein bisschen, ein bisschen mit den Kursen daheim, aber... Oder besser gesagt beide. Aber dafür ist er noch mal weg. Ah, mal den, hier. Ah, zum Glück, ich ging sie das noch aus. Zack, zack, zack. Äh, so schnell geht das nicht. Zack, zack. Und weg mit dir. Das war, na, da gab es das so gut laufen würde, aber es läuft. Na komm, geh mal her. Flieg rüber. Komm, flieg rüber. Was sollen das für Geräusche? Oh, da ist auch einer. Na komm, aber ich geb dir die Chance, gell? Geh mal her. Hihihi, mit den Battle Rings. Ha, gut, doch. Ging doch sogar. Hätte es mir schwerer vorgestellt. Batman, hier warten viele Leute darauf, dir zu danken, euch beiden. Und ich bin einer davon. Sah echt übel aus. Danke, Aaron, aber das ist doch nicht... Oh Gott. Was ist los? Ich glaube, Scarecrow ist im Filmstudio. Dads Stimme wurde benutzt, um hineinzugelangen. Besorg die Überwachungsdaten. das mit Robyn, oder das mit Barbara Vora. Scheiße. Das ist wirklich scheiße. Ja, geil, voll. Der wäre schon geil, wenn der auch noch dabei gewesen wäre. Ich glaube, das wäre dann auch schon ein bisschen zu viel fürs Gute. Das epische Finale, da muss ja jeder Poster dabei sein. Da muss ja jeder Schmucke dabei sein, was es gibt. Ah, Gott zu wissen. Ah, nein, was habe ich da gerade gesehen gehabt. Muss ja nix heißen, aber so. Ah, Gott zu wissen. Keiner kommt zu dir. Keiner hat dich lieb. Ah, Otto. Ich glaube, das sollte schnappen, bis ich gerne mal. Ist recht, wenn das so schön leuchtet. Ich frage uns noch, ob wir den jetzt noch finden. Ja, das weiß ich auch. Oder? Ne. Fuck. Das ist jetzt wieder... Oh, ich bin mir kein Auto. Wie versucht hat uns... Oh mein Gott. Er hat versucht, überzufahren. Geil. Überfahren, wenn es doch mein Auto gekommen ist. Oh, ja, besser wie verschwinden. Besser wie verschwinden. Oh, Mann. Geil. Oh, rein spaziert. Ja, rein spaziert. Ha. Mich wunderts. Weil kein Gehegner. Müssen wir definitiv wieder Harley Quinn Stimmen benutzen, oder? Hier. Oh, ja. Ist schon alles wieder in Rennen. Da da. Schön randaliert, würde ich mal sagen. Ne, jetzt bin ich gespannt. Oh, wie nett. Oh, Tim. Und noch ein Wunderknabe scheidet dahin. Gefällt von einem Superschurken. Wenn es dich tröste. Glaub kaum, dass er mit meinem unglaublichen Werk mit Jason mithalten kann. Na, fix nicht. Ja. Geil, aber arzt. Na ja, nur noch du und ich. Was, Batman? Das wahre dynamische Duo. Na, na, tuff dir die Tränen ab. Ah, nett. Aber wann kapierst du es denn? Immer wenn jemand zwischen uns gerätstaben die, werden verstümmelt oder dazu hirngewaschen, dich zu töten. Kleiner Tipp, alter Kumpel. Wir mögen unsere Differenzen haben. Aber du und ich, wir gehören zusammen. Hi, Harley. So, und was nun? Ah. Ja, wer bestimmt das? Du musst es wissen, dass es nirgendwo sicher ist. Der Commissioner war so erpicht darauf, dich wohin zu verraten. Als das Leben seiner Tochter davon abhing. Und jetzt habe ich deinen Robin. Ein Vogel im Käfig. Faszinierend, dass deine Ängste dich dazu treiben, deinen Ängstenverbündeten in eine Gefängniszelle zu stecken. Nun werden dich deine Ängste dazu bringen, das zu tun, was ich sage. Es gibt eine Lagerhalle in Kingston. Geh dorthin, allein. Dort nimmst du deine Maske ab. Oder deine Freunde werden sterben. Das ist jetzt, 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 jetzt. Jetzt muss es das Ende dann sein noch. Jetzt wird es ernst, Brucey. Jetzt wird es ernst. Du hast Tim eingesperrt. Äh, ja. Er würde für dich sterben, Bruce. Wir alle. Du hast ihn zurückgelassen, schutzlos. Er hatte nicht mal eine Wahl. Sorry, Bruce, aber du musst ihn zurückbringen. Um jeden Preis. Oh ja, unbedingt. Na dann. Oh. Irgendwas kommt jetzt. Zeit für eine Entscheidung, Betz. Lieferst du die Scarecrow aus und bringst uns beide um? Oder soll das neue dynamische Duo die Straßen unsicher machen? Unbedingt das dynamische Duo. Ich werde mich Scarecrow ergeben. Nur so können wir Robin und Jim noch retten. Treffen Sie Ihre Entscheidung mit Bedacht, Sir. Es könnte kein Zurück mehr geben. Ah, da gibt es wieder eine Gang. Hi. Hi. So, zack, 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 zack und zack. Fuck. Wegen euch Arschlöchern habe ich jetzt mein Verhör versaut. Da wird, glaube ich, nicht mehr reden können, oder? Nicht mehr allzu schnell, glaube ich. Oh, wie nett. Dankeschön, jetzt bin ich schon wieder erledigt. Na super. Oh. Gar nicht gesehen. Gar nicht gesehen. Gar nicht gesehen. Scheiße. Werner. Achso, da haben wir schon wieder was. Was ist denn da schon wieder los? Oh, schon wieder einer. Na super. Ah, das kann gut sein. Komm, 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 komm. So. Nichts so, du Tropo. Ach. Wollten wir verpassen uns wieder den grünen? Ja, war eh schon wieder klar. Nisse. So, haben wir das überhaupt schon gescannt? Okay, aber jetzt. Müssen wir natürlich... Müssen wir natürlich... Müssen wir natürlich gerne mal so ein bisschen bekendlich zeigen, das wie das sagen. Oh. Okay, ich geh schon mal. Wir beide. Es gibt kein Zurück. Warum aufgeben? Wir können da draußen noch so viel Spaß haben. Hm. Hm. Ich sehe, deine Furcht hat dich überwältigt. Wie passend, dass ich gewinne. Und Batman's Leben vorenlang ist. Nicht wegen dem, was aus deiner teuren Stadt wird. Sondern weil du fürchtest, was ich deinen Freunden antue. Deiner Familie. Sie sind deine Schwäche. Verborgen unter der Oberfläche. Ich bin sicher, du fürchtest, was passiert, wenn ich dir die Maske vom Gesicht reiße. Was werden wir finden? Deine wahre Identität. Oder den Beweis, dass du ohne Maske nichts bist. Ohnmächtig, machtlos, ängstlich. Leg deine Ausrüstung auf den Tisch. Und wir finden es raus. Oh, shit. Na dann. Weg mit dem Dreck. Er schaut so nackt aus. Er schaut so nackt aus. Ohne Rüstung. Ohne die Scheißkürke. Oh, shit. Na dann. Ein mit uns. Ohne Unsinn. Geliebten Gürtel. Hey, vielleicht sehen wir da sogar. Hey, da ist nicht um Decken. Ohja, jetzt ist um Decken vorn. Das habe ich geahnt. Ich höre. Ja, da bin ich etwas verpasst, Sir. Aber wie sehen Sie es? Die Würfel sind gefallen. Von nun an brauche ich deine volle Aufmerksamkeit. Der Albtraum ist fast vorüber und dein Versagen fast vollendet. Ich kann es sehen und bald wird es die ganze Welt sehen können. Dein Augen verraten dich. Die Vorricht hat dich am Ende. Oh, fuck. Holy shit. War das jetzt eher so ein Rettungsversuch, oder? Was für... Jesus, keine... Oh. Wo ist... Wie kann der bitte so landen? Okay, ne. Ne, glaub ich. Ne. Es würde nur darum sonst so gewesen sein. Und weiter. Hey, vielleicht kann man da durchgehen. Na ja. Da haben wir schon mal verkackt. Ah. Wer nicht? Mal wieder geschrauben, oder was? Na sicher. Du musst gleich mal Respekt machen. So ein glückliches Paar. Aber schade um den Jungen. Der kleine Bruce ist nie darüber hinweg gekommen, nicht wahr? Na ja, wer hin ist, ist halt... Das geht weiter, kleiner. Shit. Lass los, beende es. Geh zu deinen Eltern. Ja. Onkel Jay übernimmt jetzt den Laden. Mhhh. Das ist gut. Wenn er... Wenn er das macht, dann ist das immer gut. Ich werde zu dir. Du wirst zu mir. Haha. Das ist unser Schicksal. Haha. Oh, schön gekontert. Nice. Oh. Oh. Genau. ... Manche. Und... Manche kann man auch ein erzählen. Macht Spaß. Und dein Verstand zu Tel Kenai wird oder? nearly an r4 Und... netschzuweck. Ich schlag mich einfach sogar jetzt nur und deppelt mal schon was passiert. vielleicht wärts weniger? Na ja noch mal... aber wir werden uns wie wir an uns vor der Entscheidung genug Prozent ist Prozent sind auch vorab sich zu wollen jetzt kriegt die ließ die glaube ich muss kriegen das wird man gesagt Woa, da haben wir ordentlich gekügt jetzt. Oh, probier's nur. Gebe her. Oh, Mark of Pain! Bist der... Der alte Pennywerb wird verlorksam, wenn er deine Hemden nicht mehr bügeln kann. Natürlich. Wenn Mom und Daddy jetzt so sehen können, muss sie wären so... Zerstört! Mach schon, Watz! Du weißt, was zu tun ist. Oh, ja, töten, töten, töten! Nooo... Unbedingt tun! Oh, ja, hab so gedacht! Es gibt so nicht! Ja, da steht wieder auf! Das war's mit der Konten aus! Fangen wir noch immer gleich? Diesmal kannst du es nicht leugnen! Du hast den Verstand eines Killers! Und dieser Verstand ist meiner! Es ist vorbei, Bruce! Du hast die blutige Grenze überschritten! Und jetzt wird mich Scarecrow befreien! Na, jetzt hab ich mir gedacht, wir haben... Ja, das ist schon weg! Das... Wir haben schon... Na, na, jetzt hab ich mir gedacht, wir sind grad Game Oma geworden, weil wir vielleicht getötet haben oder sonst irgendwas. Na, wo fahren wir jetzt hin? Jetzt sehen wir wenigstens mal, wo wir hinfahren! Oh! 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 Shit! Es beginnt dort! Also, es endet dort, wo es begonnen hat! Pistnachisch! Holy shit! Oh! 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 Batman! Bist du es? Es tut mir leid, Robin. Bist du bereit? Es wird nicht so enden, wie du denkst, Crane. Genug der Tapferkeit! Dafür ist es jetzt zu spät. Mir ist egal, wer du bist. Aber ihnen nicht. Ich werde ihnen ihre Hoffnung nehmen. Wenn sie dir in die Augen starren, werden sie dich beschuldigen. Das Versagen wird ein Gesicht und einen Namen tragen. Es ist Zeit. Mr. Gordon. Erweisen Sie mir die Ehre? Niemals. Von dir nehme ich keine Befehle mehr entgegen. Du Mistkerl! Nimm die Maske ab, oder mein nächster Schuss wird ihn töten. Es ist okay. Nichts ist okay. Du weißt, was das bedeutet. Das ist das Ende. Wenn die rausfinden, wer du bist, gibt es kein Verstecken. Du musst mir vertrauen, Jim. Du musst mir nichts darauf achigen. Du musst mir nicht 조금 aufheben. Du musst mir ein Mal. Deine voll verschwenden. Du musst, wasser Gerichten. Drei. Du musst dich anw thousands. Die Legende ist enthüllt. Machtlos, menschlich, ängstlich. Oh, wie nett. Leute, Leute, Leute. Es ist schön, euch zu sehen. Es war eine Mordsarbeit, euch aufzuspüren. Uns aufzuspüren? Wir haben nicht Mordkopf geworden. Stehens grausam, aber nie gewieh. Glock, alter Junge, du solltest dich dupen. Oh, shit. Tja, ich würde mal sagen, die Kosten hat's erwischt. Oh, geil. Wir sind nur lachend zu, wie wir unser Haus drumherum tragen. Nee, das schlägt. Oh, diesmal mit scharfer Munition. Das ist gut. Scharfer Munition endlich mal. Oh, da waren wir gleich alle fertig. Einmal wieder so im Kreis und geht schon. Sind schon alle hin? Nee, dürfen nicht hin sein. Na, fix nicht. Einmal wieder so durch und alle sind hin. Ich glaube, wir müssen das vollfüllen, damit ein kompletter Chaos entsteht, glaube ich. Oh, yes. Yes. Hihihi. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, und was nun? Ah, krass. Was mit uns? Es macht so viel mehr Spaß, wenn ich Hebel in der Hand hab. Leute! Wo seid ihr denn hin? Hm, nicht schlecht. Ich spiele mal ein Shooter oder was? Hi. Bitte, was du dich tun, damit du aufhörst. Geh, Meier, Dicker. Hihihi. 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 Oh, ja. Ah, 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 ah. Komm mir drauf! Ich bin der Kampenenskönig. Klauen Росс zum Chaos. Ben. Ben. Der ist Wahnsinn. Bitte, Schaaaaaa... Schaaaaa... Gurujujoo. Guchi, guchiku. Schlaf besser weiter. Ohh, des! Ist sogar viel schöneres Bild. Viel netter hier, muss man sagen. Viel bessere Anstriche, oder? Für die Stadt. Oh Alfred, treuer alter Alfred, Master Bruce ist vorn. Aber keine Sorge, dein neuer Master kommt nach Hause. Weißt du, was jetzt geschieht, Bruce Wayne? Ich werde dich nicht töten. Ich werde dich befreien. Ah, nett. Sei frei und sieh, wie die Stadt, die du beschützen wolltest, zerfällt. Frei, zu sehen, wie jeder, den du liebst, zu Tode gehänzt wird. Jeder Schrei, jeder Tod. Vergeltung für alle von Badman's Tag. Gut. Was? Verstehst du denn nicht? Es ist vorbei. Mach dich bereit für die Zugabe. Wo bleibt deine Furcht? Ah, geil. Es wird nur noch besser, nämlich mal an. Tja, dann schauen wir mal, wo er ist. Oh. Ähm. Oh oh. Oh, ein Challenge? Oh, Batsi. Oh, sogar in Ego-Shooter-Style, bist du narrisch? Das wäre der Licht. Nee, ich kann nicht mehr was drücken. Ah. Oh. Oh. Welchen Spaß. Oh, dann lass mal verbrennt die. Ah, knusprig. Oh, da bin ich ohnehin entwachsen. Willst du mir irgendetwas sagen, Batsi? Ich bin nicht tot. Ich bin lebendiger. Oh, Momentchen. Nette Statue. Oh, Batsi. Das ist nicht mein Grab. Nein, 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 das ist zu klein. Und überwuchert, wo ist der Grabstein? Das ist, aber sicher. Ich verstehe. Sie haben mich vergessen. Sie hat 40. Oh. Oh. Aber das wäre nicht passieren. Siehst du, Alter, Junge, du bringst mich doch nicht ins Grab. Oh, okay, dann doch nicht bederste. Oh, na, was macht ein Haliter? Hi. Das nennst du Leichenschmaus? Wo sind denn alle? Hast du die Einladungen vergessen? Gibt es zu? ィ? Ah, man sieht. Wie du aufzuheulen und zerbe mir einen Leichenschmaus? Das nennen wir herumschirst? kann ich abschließend genüssen hat leider damals schon zum weg du glaubst das ist unheimlich wenn ich hier rauskomme werde ich an jede wand meinen namen mit blut spüren ich werde ihn in jeder leise wird niemand wird mich hier vergessen so wie komme ich jetzt hier heraus das ist eine gute folge mehrere drehungen und da geht's ja weil nur die eine stadt wird da aus der c ich finde ich märz märz worte vor so genug ich glaub ja genau hinter mir waren so stark dass die wandern schüppern herumschießt und er ist da keine lust mehr wäz es werden immer mehr what the fuck was gehen da ab jetzt bis du gar nicht mehr bewegen kannst oder was jetzt gibt es auch andere ausgebilder oder wenn man da auch irgendwo anders hingehen Nein, ich glaube nicht. Es kommen aber immer neue. Mal schauen, wenn ich mich nicht umdrehe. Und dann sind die wieder alle da. Na super. Wir sind jetzt alle zu mir her. Ja, super. Ja, und weiter. Oh, fuck. Holy shit. Äh, Brucey? Lass mal durchschauen da. Lass mal schauen, was wir da haben. Schönes. Mach's gut, Betz. Bei mir macht's Spaß, aber ich verschwinde. Ha, schau da bist du. Ake, was alle mäßig aus. Nur, wirst du, wie man denn dir erschien ist. Exit. Weißt du, du hattest dir fast schon einen Schreck eingejagt. Mir. Ha, 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 ha. Ah, na, hab ich's doch gesagt. Ake, was sagen. So vom Look her einfach mal. Na nun. Du hast Angst zu raschen zu werden. Du hast Angst zu raschen zu werden. Du hast Angst vergessen zu werden. Und du wirst vergessen werden, Joker. Ha, 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 ha. Ich bin die Nacht. Ich bin Batman. Uh, shit. Ah, nett. So, da, so ungefähr. Die Richtung. Ha, 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 ha. Nicht schlecht. Ah, geh rein, Bro. Geh rein. Das wird dir Spaß machen. Mein Fettfall. Nein, bitte. Nein. Lebe wohl, Joker. Nein, Bruce. Verlass mich nicht, bitte. Oh, nein. Oh, nein. Wahnsinn. Wahnsinn. Nein. Verstehst du, Gotham? Du hast keinen Erlöser. Nie wieder Hoffnung. Nie wieder, Batman. Ich habe gesiegt. Ich habe keine Angst, Craig. Ho, 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 ho. Unmöglich. Ohne Angst ist das Leben sinnlos. Oh. Ja. Ein bisschen Eigenmedizin, ne? Wie wäre es? Was? Was? Er hat Angst vor Fledermäusen. Nee. Was? Er hat Angst vor Fledermäusen. Was? Sein Ernst? What the fuck? Er ist stark. Er wird das überstehen. Pass auf ihn auf. Auf sie alle. Du warst ein guter Freund. Gott. Der beste, den ich je haben konnte. Du warst von Anfang an da. Und jetzt? Siehst du, wie es endet? Das beste Geschenk heute Nacht. Ron and Tony, weisler. Bruce Wayne. Wenn es dir recht ist, dann bleibe ich bei Batman. Die holen mich. Du klingst ängstlich, Craig. Wir werden nicht dran. Ha, ha, ha! Sir, es ist vorbei. Die Welt weiß Bescheid. Was nun? Gotham braucht Batman noch für eine letzte Nacht. Und dann? Zeit für das Nightfall-Protokoll. Sind Sie sicher? Es gibt keinen anderen Weg. Ich brauche die Stimmbestätigung. Martha. Sehr wohl, Master Bruce. Du waff! Ach du Scheiss! Na dann...